Also bei dem Aufrichtungstape, da möchte ich, dass er sich direkt schon aufrecht hinwitzt, also in die Position, in die ich ihn korrigieren will. Und jetzt messe ich mir das Tape ab vom Beckenkamm zur gegenüberliegenden Schulter und nehme mir jetzt aber etwa wieder ein Viertel der Tape-Länge weg. Also das ist meine Tape-Länge und nehme dann grob und unterteile mir das mal so halb, okay, vier und viertel. Das nehme ich weg, weil ich das gleich, wenn ich dran ziehe, wahrscheinlich grob wieder an Material habe. Schneide mir gleich für beide Seiten zu. So, und jetzt darfst du dich nochmal hinsetzen. Wieder bewusst aufrecht hinwitzen. So weit wie er ihn kann, ne? So, dass er neutral sitzt. Also, er könnte ja jetzt noch viel stärker hier in eine Extension gehen, überstrecke ich mal richtig. Das bringt ja nichts, sondern wirklich einfach bewusst aufrecht sitzen. Ein bisschen mehr hin. Und jetzt lege ich das Tape, also ich gucke schon direkt, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Und lege das Tape dann gegenüberliegenden Beckenkamm an. Und will, dass es etwa auf Unterkante der Schulterblätter, da die Wirbelsäule kreuzt. Und man sieht es bei ihm jetzt relativ schön, durch die Ausprägung der Muskulatur hier, hat er so eine Einziehung, so eine Pule hier. Das heißt, ich muss jetzt gleich darauf achten, dass ich nicht mit 100% Zug, mache ich generell nichts, weil ich möchte ihm ein bisschen Bewegungsspiel geben. Aber, dass ich beim Anlegen ein bisschen aus dem Zug rausgehe, dass ich das gleich noch gut anmodellieren kann. Das wäre jetzt 100%. Gehe ich ein bisschen raus und lasse es zur gegenüberliegenden Schulter auslaufen. Und modelliere das Tape hier ordentlich an, dass es gut an der Wirbelsäule geht. Wenn das noch stärker ausprägt ist, gehe ich vielleicht vom Zug noch ein kleines bisschen mehr aus, weil ich muss es ja hier hinkriegen, dass es auch auf der Haut klebt. Dasselbe auf der anderen Seite. Gucke wieder, dass es an derselben Stelle die Wirbelsäule kreuzt. 100% Zug. Kleines bisschen raus. Gegen die gegenüberliegende Seite. Wie fühlt sich das an? Ja. Stell dich ruhig mal hin. Ja, man merkt es schon, das zieht dann richtig so nach oben. Genau.